In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Differenzialgleichung erster Ordnung durch Substitution lösen kann. An dieser Stelle zwei kurze Hinweise. Um dieses Verfahren zu verstehen, muss euch die Lösung von Differenzialgleichung durch Trennung der Variablen bekannt sein. Außerdem gibt es zwei Hauptarten von spezieller Differenzialgleichung, wo dieser Substitutionsansatz sinnvoll ist. Hier werden wir uns den sogenannten ersten Typ von Differenzialgleichung anschauen. Im Abspann findet ihr auch den zweiten Typ bzw. auch Tutorials zur Lösung anderer Arten von Differenzialgleichung. Wie bereits gesagt, es gibt zwei Typen von spezieller Differenzialgleichung, die für diesen Lösungsansatz geeignet sind. Typ 1 sieht wie folgt aus und Typ 2 so. Ich glaube ganz klar voneinander zu unterscheiden. In diesem Tutorial werden wir uns ausschließlich nur um Typ 1 kümmern. Wie bereits erwähnt, eine Beispielaufgabe zu Typ 2 findet ihr im Abspann. Bevor wir uns das Ganze ausführlich anhand eines Beispiels anschauen, werde ich erstmal den Lösungsansatz Schritt für Schritt erklären. Als erstes muss man natürlich das richtige Typ erkennen und substituieren. Wir sind im Fall 1, also sieht unsere Differenzialgleichung vom Aufbau wie folgt aus. Und was wir jetzt an dieser Stelle substituieren, ist das Innere dieser Funktion f, dieses ax plus by plus c. Also wir ersetzen es mit einem u. Schritt Nummer 2. Dann folgt die Integration der Differenzialgleichung, natürlich in Abhängigkeit von dieses u, durch Trennung der Variable. Schritt 3 ist die Reh- oder Rücksubstitution und das Auflösen der Gleichung nach y. Damit kriegen wir dann die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung. Und nur als Hinweis für den Fall, dass noch ein Anfangsproblem vorliegt, wird diese Bedienung benutzt, um die Lösung der Differenzialgleichung vollständig zu bestimmen. Das bedeutet, einen passenden Wert für c rauszubekommen. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung. Und wir erkennen von der Form sieht es genauso aus, wie es aussehen sollte. Als erster Schritt natürlich Substitution. Und zwar, wir substituieren oder ersetzen die rechte Seite mit einem u. Kurz gesagt, u an dieser Stelle ist ja dann gleich 2x minus y minus 3. Was wir hier an dieser Stelle machen sollten, ist erstmal nach y umzuformen. Aus diesem Grund bringe ich erstmal das minus y mit plus y rüber. Und gleichzeitig, damit wir nicht so viele Schritte haben, noch das u auf der rechten Seite mit minus u. Am Ende bekommen wir einen Ausdruck der Form y ist gleich 2x minus u und natürlich noch minus 3. Und diese Funktion y, Abhängigkeit von x, sollen wir noch einmal ableiten, also y' bilden. Natürlich leiten wir nach x ab. Das bedeutet, 2x abgeleitet sind ja 2. Und dieses u kann man nicht direkt ableiten, sondern nur allgemein. Also die allgemeine Ableitung von u ist natürlich minus u' hier an dieser Stelle. Und damit haben wir y und y'. Und das hier alles müssen wir in unserer Differenzialgleichung einsetzen. Damit meine ich, dieses y' ersetzen wir natürlich mit 2 minus u'. Entsprechend haben wir dann 2 minus u' ist gleich. Und 2x minus y minus 3 ersetzen wir natürlich mit u. Damit haben wir eine Differenzialgleichung in Abhängigkeit von u. Und die sollen wir so umformen, dass wir danach diese Trennung der Variablen durchführen können. Also entsprechend bringe ich dann noch die 2 rüber mit minus 2. Und dann haben wir minus u' ist gleich u minus 2. Und schon sind wir bei unserem zweiten Schritt. Und zwar Integration der Differenzialgleichung durch Trennung der Variablen. Als erstes werden wir dieses u' als du durch dx schreiben. Also das Wörter statt u' habe ich dann minus du durch dx ist gleich u minus 2. So und jetzt trennen wir die Variablen. Das bedeutet dx wird auf der rechten Seite gebracht. So gedanklich mal dx. Und gleichzeitig kann ich auch dieses u minus 2 auf der linken Seite bringen. Entsprechend mit geteilt durch, jetzt setzen wir mal in Klammer, u minus 2. Nach diesem Umformungsschritt haben wir dann praktisch minus 1 durch u minus 2 du. Das steht dann auf der linken Seite. Soll das gleiche sein wie 1 mal dx. Also auf der rechten Seite bleibt ja eigentlich nichts übrig. Also eine 1 mal dx. Dann wird das Ganze auf beide Seiten integriert. Aus diesem Grund quetsche ich hier an dieser Stelle nochmal kurz hier ein Integralzeichen. Das Minuszeichen betrachte ich als eine Konstante, deshalb ziehe ich es nach vorne. Und genauso auch hier. Also wir bilden die Stammfunktion. Und vor allem für die linke Seite sollen wir uns an diese spezielle Stammfunktion erinnern. Ich habe die Regel nochmal rechts abgebildet. Die Stammfunktion kann man natürlich mit Hilfe der ln-Funktion bilden. Entsprechend werden wir dann auf der linken Seite minus ln Betrag von u minus 2 haben. Wenn man auf die richtige Darstellung mit den Betragsstichen erachtet. Und plus eine Konstante, ich nenne sie mal jetzt allgemein c1. Und auf der rechten Seite 1 aufgeleitet ist einfach x plus eine andere Konstante c2. Beim nächsten Schritt sollen wir jetzt erstmal die Konstanten beide auf eine Seite bringen. Das war einfach die Sache. Also ich rechne dann minus c1. Und gleichzeitig, damit ich auch dieses doofe Minuszeichen hier von den ln wegbekomme, multipliziere ich noch das Ganze mal minus 1. Wenn euch das zu viel auf einmal ist, dann macht bitte zwei Schritte. Entsprechend haben wir dann ln von Betrag von u minus 2. Das ist alles, was auf der linken Seite übrig geblieben ist. Und auf der rechten Seite haben wir dann praktisch, wenn ich das Ganze mal minus 1 nehme, dann werde ich natürlich auch hier minus x haben. Und dann noch minus in Klammer c2 minus c1. Diese Konstanten sehen erstmal nervig aus, allerdings kann man sie zusammenfassen. Ihr müsst euch so vorstellen, zwei Konstanten verrechnen miteinander, geben eine neue Konstante. Aus diesem Grund zur Vereinfachung werde ich praktisch diesen Teil hier mit einer neuen Konstante abkürzen. Und die nenne ich jetzt an dieser Stelle c3. Dann wird die Gleichung beim nächsten Schritt ein bisschen kompakter aussehen. Also an dieser Stelle haben wir dann praktisch nur noch ln. Betrag u minus 2 ist gleich minus x. Und dann können wir auch sagen plus c3. So, unser Hauptproblem ist jetzt natürlich nach u umzuformen. Ich habe jetzt hier nochmal die Gleichung sauber abgebildet. Also, um an dieses u ranzukommen, müssen wir die ln-Funktion loswerden. Und das kann man natürlich nur durch Exponieren irgendwie hinkriegen. Also, abgekürzt schreibe ich hier hinten ein exp. Also wir schreiben e-Hochform auf beide Seiten. Dann haben wir entsprechend hier auf der linken Seite werden wir e hoch ln von u minus 2 haben. Und auf der rechten Seite haben wir dann e hoch minus x plus c3. Jetzt, die linke Seite. Wie können wir sie vereinfachen? Na ja, da hilft eine eigentlich hoffentlich bekannte Regel, die ich hier rechts abgebildet habe. E und ln heben sich auf eine gewisse Weise gegenseitig auf. Und das ist die Formel, die uns das lehrt. Und das bedeutet für uns, weil a anhand der Formel 1 ist, bleibt eigentlich auf der linken Seite nur noch u minus 2. Und die Betragsstiche brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr. Und auf der rechten Seite können wir auch was für diesen Term machen. Wir trennen es ein bisschen ab. Und zwar in e hoch minus x mal e hoch c3. Das ist eine Potenzregel, die ich hier angewandt habe. Und erneut haben wir hier hinten, e hoch c3 ist wiederum selbst eine Konstante. Deshalb vereinfachen wir das Ganze und ersetzen es mit ein c4. Also wir haben dann u minus 2 ist gleich e hoch minus x mal c4. Und natürlich möchten wir jetzt nach u umformen. Also muss ich nur noch die minus 2 mit plus 2 rüberbringen. Damit haben wir für u ein Ausdruck in Abhängigkeit von x. Also e hoch minus x mal c4 und am Ende noch plus 2. Und endlich sind wir bei unserem letzten Schritt angelangt. Und zwar die Restsubstitution oder Rücksubstitution. Hier müssen wir uns nur erinnern, was wir am Anfang substituiert haben. Und zwar wir haben gesagt, dass u 2x minus y minus 3 ist. Und gerade haben wir herausbekommen, dass für u noch diesen Ausdruck gilt. Also werden wir jetzt diese zwei Sachen gleichsetzen. Entsprechend haben wir dann hier 2x minus y minus 3 ist das gleiche wie e hoch minus x mal c4 plus 2. Und natürlich müssen wir das Ganze nach y umformen. Dann haben wir die Lösung für unsere Differenzialgleichung. Also entsprechend werde ich zuerst diese 2x und die minus 3 rüberbringen mit minus 2x und plus 3. Dann habe ich minus y ist gleich e hoch minus x mal c4. Dann minus 2x. Und die Zahlen können wir auch zusammenfassen. 2 plus 3 ist natürlich 5. Und was wir hier noch vorne eliminieren sollten, ist dieses Minuszeichen. Also nehme ich das Ganze noch mal minus 1 oder geteilt durch minus 1, wie auch immer. y ist dann minus e hoch minus x mal c4 und plus 2x minus 5. Das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen sauberer schreiben und natürlich die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung angeben. Mit sauber schreiben meine ich, dieser Minusvorzeichen, was eigentlich eine minus 1 ist hier vorne, sowie unsere Konstante c4 können wir natürlich zu einer neuen Konstante zusammenfassen. Und dann sieht das Ganze so aus. Diese neue Konstante ziehe ich natürlich nach vorne. Und nenne es c mal e hoch minus x plus 2x minus 5. Ihr merkt, der Umgang mit dieser Konstante ist sehr wichtig. Dadurch vereinfacht sich das Ganze. Und natürlich muss man alle diese Konstanten definieren. In diesem Fall nehme ich jetzt nur das c am Ende und sage einfach c ist Element von r. Also, das wäre die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung. Und erinnert euch bitte an das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ein Anfangswertproblem vorliegt, also eine Anfangsbedienung, dann kann man mit Hilfe dieser Randbedienung einen passenden Wert für diese Konstante c bestimmen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch nützlich sein könnten. Ihr habt bereits gemerkt, um diese Art von Differenzialgleichung zu lösen, müsst ihr das Lösen von Differenzialgleichung durch Trennung der Variablen können. Dann natürlich gibt es noch andere Arten von Differenzialgleichung, wie zum Beispiel homogene Differenzialgleichung in der Ordnung mit bzw. ohne konstanten Koeffizienten. Dann lineare inhomogene Differenzialgleichung in der Ordnung mit oder ohne konstanten Koeffizienten. Und andere Lösungsansätze, wie Variation der Konstanten oder explizite Differenzialgleichung in erster Ordnung. Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann.